Das Herrscherhaus Habsburg-Lothringen entstand 1736 mit der Hochzeit des Herzogs von Lothringen, Franz I., Stefan mit Erzherzogin Maria Theresia aus dem Haus Habsburg. Geschichte Da die Habsburger 1740 mit dem Tod Karls V.I. im Mannesstamm ausgestorben waren, folgte ihm nach der pragmatischen Sanktion einem Staats- und Verfassungsvertrag. Seine älteste Tochter Maria Theresia als Oberhaupt des Hauses. Sie war mit Franz I., Stefan von Lothringen verheiratet. Um dennoch den Anspruch auf die österreichischen, böhmischen und ungarischen Länder zu bekräftigen und die realen Machtverhältnisse abzubilden, wurde für die Familie der Doppelname Habsburg-Lothringen gewählt, obwohl die Dynastie in männlicher Linie die Fortsetzung des Hauses Lothringen ist. Zum Erbe des Hauses Lothringen gehörte auch der Titel eines Königs von Jerusalem, der 1473 an das Haus an Juviel. Die Herrschaftsansprüche der neu entstandenen Dynastie wurden im österreichischen Erbfolgekrieg größtenteils bestätigt. Insgesamt sechs Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen, das sich auch Haus Österreich oder Erzhaus nannte, regierten bis 1918 als Erzherzoge von Österreich und als Könige von Ungarn und Böhmen, bis 1806 als römisch-deutscher Kaiser sowie von 1804 bis 1918 als erbliche Kaiser von Österreich. Josef II. seit 1765 römisch-deutscher Kaiser und Mitregent seiner Mutter Maria Theresia in den Habsburgischen erplanten 1780 bis 1790 allein Regent. Leopold II. Bruder Josef II. 1790 bis 1792 Franz II. I. Sohn Leopolds 1792 bis 1835 Ferdinand I. Sohn Franz 1835 bis 1848 Franz Josef I. Neffe Ferdinands 1848 bis 1916 Karl I. 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 V. Großneffe Franz Josef X. 1916 bis 1918 Alle oben genannten Funktionen wurden ausgenommen im Fall Maria Theresia, die als Frau nicht Kaiserin werden durfte, von jeweils nur einem männlichen Familienmitglied gemeinsam bekleidet. 1867 wurde der 1804 gegründete Einheitsstaat in die Realunion österreichisch-ungarische Monarchie umgewandelt, was zu besonderer Hervorhebung des Titels Apostolischer König von Ungarn führte. Zwei weibliche Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen wurden aus politischen Gründen nach Frankreich verheiratet. Marie-Antoinette, die Tochter von Maria Theresia und Franz Stephan wurde als Königin von Frankreich wie ihr Gatte Ludwig XVI. Auf der Guillotine hingerichtet, Marie-Louise, die Tochter von Franz II. I. wurde zweite Gattin von Napoleon I., folgte aber als Kaiserin der Franzosen diesen nicht ins Exil, sondern regierte in der Folge das Herzogtum Parma. In der Folge wählte die Familie Habsburg-Lothringen als Gatten für ehefähige ErzherzogInnen ebenbürtige, aber politisch weniger bedeutende Fürsten aus, um außenpolitische Probleme zu vermeiden. Die Realunion wurde vom Königreich Ungarn wenige Tage vor dem Ende des Ersten Weltkriegs per 31. Oktober 1918 aufgekündigt. Kaiser Karl I. verzichtete in Wien am 11. November 1918 auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. Als König Karl IV. von Ungarn leistete er am 13. November 1918 auf Schloss Eckarzau eben solchen Verzicht. Da der Kaiser nicht abdanken wollte, wurde er nach seiner Ausreise in die Schweiz am 3. April 1919 im österreichischen Habsburger Gesetz auf Dauer des Landes verwiesen. Als Karl in Ungarn 1921 zweimal versuchte, den Königsthron wieder einzunehmen, wurde er von der Triple Attate, den Siegern des Ersten Weltkrieges. Nach Madeira verbannt. In Ungarn wurde die Dynastie mit dem 1921 beschlossenen Dithonisationsgesetz auf Dauer vom Königsthron entfernt. Karl C., Sohn Otto von Habsburg, bezeichnete sich in seinen jüngeren Jahren als Erzherzog von Österreich. Wurde als Thronprätendent wahrgenommen und führte im Zweiten Weltkrieg in den USA Gespräche über die Zukunft des Landes. Für ihn galt die Regel des Habsburger Gesetzes, dass er nach Verzicht auf Herrschaftsansprüche nach Österreich einreisen dürfe. Er richtete 1961 seine Verzichtserklärung an die Bundesregierung und durfte Österreich seit 1966 betreten. 2007 gab Otto Habsburg-Lothringen, so sein amtlicher Name in Österreich, seine Funktion als Familienoberhaupt an seinen Sohn Karl Habsburg-Lothringen weiter. Herrschaftsansprüche sind damit nicht mehr verbunden. Nicht ebenbürtige Familienmitglieder Als nicht ebenbürtig wurden nach dem allerhöchsten Familienstatut Familienmitglieder bezeichnet, die auf die morganatische Ehe eines Erzherzogs mit einer nicht standesgemäßen Frau zurückging. Bekannt sind vor allem folgende Fälle. Erzherzog Johann, Sohn Leopolds II. und Bruder Franz II. I. heiratete 1829 die steirische Postmeisterstochter Anna Plochle. Beider Sohn Franz wurde 1844 von Johanns Neffen Ferdinand I. Als Graf von Meran nobilitiert Anna Plochle seit 1834 Freifrau von Brandhofen, 1850 von Franz Josef I. Zur Gräfin von Meran erhoben. Der Dirigent Nikolaus Hanunkor stammt aus dieser Familie. Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand heiratete im Jahr 1900 nach heftigem Widerstand von Franz Josef I. die böhmische Gräfin Sophie Czottek von Czottkowa und Wognin. Er hatte für seine drei in den nächsten Jahren geborenen Kinder in einem feierlichen Renunziationsakt auf alle Thronfolgerechte zu verzichten. Gräfin Czottek wurde zur Fürstin, 1909 zur Herzogin von Hohenberg erhoben und mit Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo ermordet. Franz Ferdinands Bruder, Erzherzog Ferdinand Karl, heiratete 1909 in der Schweiz heimlich die Professorin Tochter Börtha C. Zubar. 1911 schied er gezwungenermaßen aus dem Haus Habsburg-Lothringen aus und nannte sich dann Ferdinand Burg. Erzherzog Johann Salfator von Österreich Toskana bat nach glänzender Militärkarriere 1889 um Entlassung aus dem Kaiserhaus und nannte sich nun Johann Ott. Er heiratete im gleichen Jahr in London die Wiener Hofoperntänzerin Millie Stubel, kaufte ein Schiff und ging mit seiner Frau auf Seereise nach Südamerika. 1890 sank das Schiff vermutlich im Sturm, wobei das kinderlose Ehepaar starb. Dynastie Wappen Das Haus Wappen der Dynastie Habsburg-Lothringen ist zweimal gespalten, vorn auf goldenem Grund ein blau gekrönter, blau bewährter und blau gezungter roter Löwe, mittig auf rotem Grund ein silberner Balken, hinten auf goldenem Grund ein roter Schrägbalken, der Richtung des Balkens nach belegt mit drei silbernen gestümmelten Adlern. Das Wappen wurde auf kaiserlichem Doppelladler geführt und war in dieser Form neben seiner Funktion als Familienwappen seit 1804 auch das kleine Wappen des Kaisertums Österreich. Siehe auch Kaiserlich-österreichisches Familienstatut Stammtafel des Hauses Habsburg-Lothringen Kaiser von Österreich Liste der böhmischen Herrscher Liste der ungarischen Herrscher Liste der Herzöge von Lothringen